Kannst du dich noch erinnern, wie wir neulich über die Bären diskutiert haben? Natürlich, wieso? Du hast Blödsinn erzählt. Die Bären sollen gar nicht nach Davos. Nicht nach Davos? Wohin denn? Nach Arosa. Dort soll es ein neues, großes Gehege für die Bärenschwestern geben. Ach so, ja genau, die zwei Orte verwechsel ich immer. Und wer hat dir das gesagt? Matthias Nut. Matthias wer? Nut, Matthias Nut, der Bärenfotograf. Ich werde dir sein Fotobuch über die Bären zu Weihnachten schenken.